Lasst mich an der Party schmeißen, bis der Stein der Weisen rollt. Das, von dem Sie reden, ist die Kapazitäten-Türkertransformation. Ja, haben Sie mein Anliegen erklärt? Ich kreiere schuldbefreiende Wohlfühlprodukte. Bis die totale Transformation vollzogen ist. Der erste Unendliche wird geboren. Oh, Schneider! Das Ganze ist ein Puff. Andernfalls lasse ich mich kastrieren. Versuch's doch mal mit einem Pubertätsplogger. Viagra-Fresseur! Entbehrungen müssen getragen werden und ergeben Entschultern. Ich will Ihnen die Fresse polieren! Aber ohne, dass Sie mich drankriegen wegen Volksverhetzung und was Sie sich hier ausgedacht haben, um uns mutlos zu kriegen. Untot! Ist dieser Ring nicht wirkungsvoller an meiner Hand als im Steinbruch? Ach, gibt es! Senora Porquesenon Acude! Aus und ein! Kann das sein? Nein! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Schiff! Ich hab's geschafft!